Guten Morgen aus Kamala Beach. 15. bis 17. ist das Thema Kamala on the Beach. Das ist immer so eigentlich unsere Opening-Season-Party, die jedes Jahr ist. Ich weiß nicht, ob es immer um die selbe Zeit ist ungefähr, aber ich denke mal schon. Und hier haben sie alles aufgebaut. Ich habe es letztens gestern oder vorgestern schon mal kurz aufgenommen. Aber jetzt habe ich ein wenig mehr Zeit und da nehme ich es halt noch einmal auf. Schaut, hier ist der Eingang. Das ist ja hier die Beach Road. Hier Kamala on the Beach. Wenn man da vorgeht, nach dem 7-Eleven, noch 100 Meter, geht es links rein an der Moon Rock Bar vorbei. Dann gibt es den Focosnuss. Im Dunkeln sieht man das Grün beleuchtet. Und jetzt laufen wir mal zum Strand vor. Hier ist unser Klong, also das Wasser, das Wasser von den Wasserfällen und so weiter zum Meer führt. Und wenn das natürlich Flut ist und es regnet wie wahnsinnig über Wochen, dann überschwemmt halt irgendwann mal Kamala. So passiert vor einem Jahr, ungefähr. Morning. Hallo. Schaut her, hier ist die, da vorne ist glaube ich die Bühne aufgebaut. Das war ja das letzte Jahr auch schon so. Die Bühne war da vorne. Und so schaut es hier aus. Morgens um 6 Uhr, schaut es euch an, noch ziemlich leer. Aber ein paar Leute sind da. Es wird vorbereitet. Alle hoffen, dass wieder ein gutes Geschäft ist. Haben sie aber schön beleuchtet. Also wenn ihr auf Kamala seid, kommt vorbei am 15., 16., 17. aufs Fest hier. Schaut es euch an. Und vergesst natürlich nicht auch noch mal kurz in die Kokosnuss zu schauen. Wir machen ja auch individuelle Touren in kleinen Gruppen und so weiter. Muss man immer mal wieder erwähnen, weil mir tatsächlich Leute manchmal sagen, die haben es gar nicht wirklich mitbekommen bei meinen Videos, dass wir das machen. Und die Bühne müsste eigentlich... Ja, da steht sie ja. Schaut, da steht die Bühne. Ja, mal schauen. Vielleicht haben wir am Freitagabend Zeit. Dann gehen wir mal her. Vielleicht gehen der Harry und der André auch mit. Mit Familie. Also ich mit Familie und die beiden. Schauen wir mal. Okay, dann wünsche ich euch allen einen schönen Donnerstag und natürlich ein tolles Wochenende. Und denkt dran, heute Abend. Schauen wir mal, wie schön sich das dreht. Gibt es bei uns Schweinebraten 249. All you can eat. Schaut, da sind so Gabeln. Na ja, hast du schon. Ja, das ist ein bisschen eine scharfe Soße. Und dann haben sie noch so eine Sojasauce, die ist nicht so scharf. Wenn ihr lieber... die da, die braune in dem kleinen. Wenn ihr was nicht scharfes wollt, das wäre dann die da. Wobei die Soße nicht wirklich scharf ist. Sorry. Bist wieder geladen. 91 Prozent. Jawohl, richtig. Und bei euch ist alles gut hier? Wo ist denn dein Bruder? Hab ich ja schon wieder... Möchtest du das schon? Ja, das ist gut. Wirkliche, geschäftliche Unterhaltungen. Guten Abend. Tobias hat mir hier ein Fläschle mitgebracht. Von seinem Cousin. 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 Wie sagen wir? Cousin in Franken, oder? Cousin. 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 Vom Cousin. Und wie heißt das? Im Brunkeln wäre es vielleicht der Halbbruder. Obstbrand. Spieler. Spieler. Spieler Obstbrand. Ja. Und der hat so eine kleine Schnapsbrennerei, oder was? Ja, der hat so einen Edelbrand. 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 Also, den probiere ich jetzt mal. Im Allgäu. Im Allgäu. Im Allgäuer. Das ist auch schön, bei uns gibt es ja noch viel zu kleine Brennereien. Ja, ja, im Frangeland. Schön. Aber es ist mit groß, aber fein. Edelbrand. Was feines. Was kostet so ein Fläschle? Ehm, mal 16 oder 17 Liter. Naja. Euro. Das ist ja auch was Besonderes, oder? Ja, das ist Edelbrand. Das ist Bodensee. Und was ist der Unterschied zwischen Edelbrand und normalen Obstern? Ähm, was genauer Unterschied weiß ich nicht. Aber in Deutschland ist es so... Also, zwischen Österreich und Deutschland gibt es einen großen Unterschied. In Österreich dürfen sie Zucker beimischen. Das dürfen sie in Deutschland nicht. Das ist ganz, ganz großes Gebot. Mhm. Und da ist jetzt aber kein Zucker drin. Nein, das ist... Ich finde es ja schlimm. Ich habe letztens eine Leberwurst gegessen, ne? Und das war eine Pastete. Ne, die hat richtig süß geschmeckt. Das Gelee, das hat geschmeckt wie Zucker. Das war fürchterlich. Ich meine, die war jetzt nicht schlecht, die Pastete. Aber dieser süße Geschmack, der Selina ist ja sofort aufgefallen. Die hat gesagt, das schmeckt ja total süß. Okay. Keine Ahnung. Ja, die hauen ja überall Zucker rein. Das ist süchtig. Das ist davon. Ich kann gerne... Work-Life-Balance ausnutzen, ne? Ja. Da schreibt der Heim an den Bundeskanzler. Sollte jetzt ein wenig Geld schicken. Ihr wollt ja ein wenig länger Urlaub machen. Das machen die doch jetzt. Wir haben einen Chef. Wir kommen noch nicht. Die Bundeskanzler hat nur noch Geld für die Wischarbeit. Ja. Ja, eben. Da seid ihr ja dann richtig, weil ihr wollt ja nicht mehr arbeiten. Ja, genau. Wir kommen zu ihr. Genau. Na ja. Zum Wohl. Das ist ein leidiges Thema. Lassen wir es lieber. Dann versauen wir uns nur den Dach. Genau. Prost. 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 Vertragen wir uns wieder, ne? Genau. Genau. Magst du noch was trinken? Ja, wir sind ein bisschen absagen. Ja, wir sind ein bisschen absagen. Ja, wir sind ein bisschen absagen. Ich darf vielleicht einen kleinen Sitz. Na ja. Was ist das? Ist das der Airbag? Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Der Airbag, ja. Der Airbag. Der Airbag ist das. Na gut, es ist Weihnachts. Genau. Welcher Weihnachten? Ja. Danke. Tschüss. Gute Nacht. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Danke. Super! Gib mir 5!